Derjenige, der zum Schluss sagt 1.000 Euro, kriegt das Bild. Das ist so die Schlafsweine, die wir haben wollen. Nicht? Also ich glaube, das ist ein tolles Auto. Also hier ist wohl gerade ein Bild von unserem Gottfried, hier lebt und lebt jetzt von oben, von der Zunge, von der Wolke. Wollen wir versuchen, für viel Gulen unter euch zu bringen. Also nicht unter euch, sondern dass einer damit sagt, also 3.000 Euro ist das Mindestgebot. Wer ist denn bereit, 300 Euro dafür zu lösen? Machen wir die Hand hoch. Ja, danke, Alter. Gut. 350, sag ich mal. Wer möchte gerne für 350 dieses Bild von Gottfried Pötka, ein Einmaliger in Deutschland, einer der großen Pianisten, haben? 350 Euro? Ja, besonders. Sehr geil. Jetzt sind wir bei 400 Euro. 400 Euro müssen drin sein, das Mindeste, guckt euch mal das Bild an, das ist mit so viel Liebe. Und wenn du vor dem Bild stehst, dann hörst du den meisten. Das ist ja egal dabei. Also 350 haben wir schon gesagt, Alter, die weglaufen. Ich dachte, ich wollte, ich wollte hier. 400 Euro, einfach nur anziehen. Ihr müsst dann eigentlich so gleich lösen, weil ich sage, darf ich mal anschreiben oder was? Nee, das wird dann eben Cash auf die Table. 400 Euro sind im Raum, das heißt, 350 sind im Raum, 350 kann nicht sein, Freunde. Ich kann doch nicht anziehen bei 350 Euro für Gottfried Pötka. Ja, hallo, 400 Euro. Ist einer von euch bereit? Ihr könnt ihr nicht versaufen, ihr könnt was mitbekommen. Oh, nee. Guck mal hier, das ist so die Säume, Alter. 500, sagt er. Das ist geil. Das ist geil. Alter, alter Kollege von der Säume, das war der Uli und meine Susi, ohne die beiden Wurst, das haben wir hier. Uli, ich danke dir. 500 Euro, jetzt bin ich gespannt. Ihr könnt den Wirt, den einer der geilsten Wirt in Deutschland, hört ihr vom Kredi, der sagt, 550, nur das Händchen eben. Oder vielleicht sogar, 600, kannst du das machen? Ich sage mal, 600 Euro. 500 Euro sind im Leben. Du sagst 600, du bleibst hier stehen. Du bleibst hier stehen. 600 Euro sind geboten. 600 Euro sind geboten. Alter, das ist geil. 600 Euro sind geboten. Hör auf meine Worte. Uli sagt, 700. 700 Euro sind geboten. Das wurde ich, und leider bin ich nicht aufgesetzt. 700 Euro kochen die Worte. 700 Euro sind geboten. 800 oder was? 800, Alter? Ja, Alter. Alter, 800 beim Alten. Alter, Alter. 800 sind geboten vom Alten. Natürlich, Alter. Käst an der Tür, begann mal ab. Er legt weg, du. 800 Euro sind geboten, ne? Alter, hör mal eben zu. Alter, dein Feind hier sagt 900. Jetzt kommst du. 900 zum Bild. Das ist mein Vater, dass mein Freund 950 ist. 950 ist nicht. Uli 950 sollte so ganz kurz aufrollen, damit wir, also sag mal, sag mal 1.000. Hallo, hallo. Ja. 1.000, 1.000, 1.100 Euro stehen hier in Gestalt dieses geilen Typen hier. 1.000, 1.100 Euro. 1.000, 1.200 Euro. Ja, das ist ein Teil. 1.000, 1.200. 1.200. 1.200. 1.200, was du gesagt? 1.200 Euro zum Zweiten, Alter. Und 1.200. Alter, du willst es wissen, ne? 1.250, er wird rein mit. Aber 1.250. 1.250 sind geboten. 3.000, 1.300 Euro. Ne, ich glaube, du hast es, Alter. 1.250 sind geboten, 1.250 zum Ersten, 1.250 zum Zweiten und 1.250 Euro, Alter, zum Dritten. Für eine Affe von Monti! Hey! Glückwunsch, Herrmann. Aber, haben wir diese Kinder noch zu sagen, Frau Steffi, du hast recht. Patrick, alles klar, warst du, du bist. Du musst jetzt nicht mit der Kiste rauskommen. Aber, wenn wir das anschreiben, gehen wir, machen wir das. Du nimmst sie mal in den Rücken und fühlst sie mal fest. Schönes Auber, ihr seid geil. Ihr seid geil. Applaus nochmal! Applaus nochmal! Applaus nochmal! Untertitelung des ZDF, 2020